Hallo ihr Lieben, ich bin Sophie, ich bin wieder auf Sylt in Wenningstedt. Mit mir ist gerade Axel, Axel Link. Und Axel hat mich gerade interviewt für seinen wundervollen Fernsehsender Sylt 1. Es war mir eine Ehre. Gerne. Ich habe es auch gerne gemacht. Es war auch sehr, sehr interessant. Wisst ihr, ihr Lieben, wie es dazu kam, dass ich auf Axel und Sylt 1 aufmerksam wurde? Über dieses wunderbare Bild, was du mit Alex Lenz geschrieben hast. Zeig mal. Lost Places. Und zwar Lost Places, Geheimnisse einer Insel. Schlag mal bitte kurz auf die Tetrapoden. Ich schneide es. Also ihr seid jetzt bis hier so ungefähr. Das ist super. Einfach weiter. Heute, wenn ich an den Tetrapoden angekommen bin, das sind diese lustigen Kerlchen mit den aufgemalten Augen hier in Westerland, dann werde ich euch ein bisschen was lesen aus dem Kapitel zu den Tetrapoden. Also Axel, ich danke dir. Gerne. Und dann bis bald, ne? Ja, wünsche dir viel, viel Glück. Wir haben wunderbares Wetter jetzt bekommen. Unser Interview bei Ihnen noch in der Sonne. Beim Wandern ist Sonne ja wahrscheinlich gar nicht so gut. Viel Glück. So, in diesem Sinne. Es ist 13.05 Uhr. Und jetzt geht's los. In Rekordzeit. Richtig mit Speed. Jetzt kommt die Musik in die Ohren. Scooter. Also schaut mal. Sylt Schild. Check. Weiter geht's. Muss man ein bisschen mit hoher Geschwindigkeit Beine ausschütteln, dass der Puls wieder runter geht. Es war sehr aufregend, interviewt zu werden. Und dazu noch von Axel Link, einem absoluten Medienprofi. Kilometer 1. Und dann baller ich mal geschmeidig mit Top Speed. Ich habe gerade 6,6 im Schnitt. Nach Westerland. Es ist wieder ordentlich Wind. Und das mag ich. Also, bitteschön. Westerland Loading. Und weil ich dieses Mal bei meinem Sylt Besuch nicht Sylt Resident bin, sondern Niebu Resident, geht's jetzt gleich hier zum Heisel. Und ich kaufe mir einen Tag Strandeintritt. 3,4 Euro sind das so. Schauen wir mal. Ja, ja. Oh mein Gott. Schaut mal selber. Was mehr hinter mir? Bitteschön. Jetzt gehen wir mal ein paar Leute erschrecken. Weil die sehr langsam unterwegs sind und ich nicht. Und immer wenn dann jemand so herangeballert kommt, wie ich, da sind immer so, was passiert da? Liebe Freunde, ich komme in Frieden. Alles gut. Kilometer 5, zur Linken, das Rathaus. Menschenansammlung. Das heißt, nope. Andermal. Hier ist besser. Schaut mal bitte, was ich hier Feines gefunden habe. Buchhandlung an der Wilhelmine. Mercedes-Benz Parking Only. So, immer noch Kilometer 5 am Bahnhof Westerland. Hinter mir. Und wir haben hier die reisenden Riesen. Wenn ihr meinen letzten Film angeschaut habt, den 101er. Dann war ich hier ungefähr bei Kilometer 70 letztes Mal. Und die reisenden Riesen waren eingezäunt. Schaut euch mal an, was die für eine gesunde Gesichtsfarbe plötzlich haben. Und wie hübsch er wieder geworden ist. Mit seinen großen Füßen. Wir gehen jetzt gleich weiter. Dann haben sie nochmal hier im Hintergrund. So, und hinein ins Südwäldchen. Ach, hier ist auch ein Tümpel. Im Südwäldchen. Ein Weiher. Ist vielleicht ein schöneres Wort. Da ist aber ziemlich, ja, ist ein Deckel drauf. Ein grüner Deckel. Kilometer 6. Leute, das ist meins. Ballern in schönster Natur. Auf der absoluten Premiuminsel. In so einem bombastischen Wetter. Nach einem so wundervollen ersten Fernsehinterview. Kilometer 8. Ach, Lieblingszahl. So was von Lieblingszahl. Und das geht los mit der ersten richtigen Wanderautobahn heute. Eine Wanderautobahn ist für mich eine sehr lang gezogene Strecke. An der Straße. Auf Asphalt. Wo die Autos vorbei brettern. Und mir Energie geben. So wie dieser Porsche jetzt hier. Meisterschi. So Freunde der gepflegten Wanderunterhaltung. Wir sind bei Kilometer 9. Um 15 Uhr. Und sind an den Tetrapoden angekommen. So, erst einmal Verhältnisse schaffen. Vielleicht wäre es auch ganz gut mal den Rucksack abzunehmen. Er hat heute so 8, 9 Kilo. Der Wind erfrischt jetzt ganz schön auf. Daher wäre ein Käppi auch nicht schlecht. Wir haben hier das Kapitel vom Küstenretter zum Kunstwerk. Normalerweise haben die auch gar nicht diese niedlichen Augen. Sondern es war mal eine Kunstaktion. Über Nacht. Wo die Sylter morgens überrascht wurden davon, dass die hier abgestellten Tetrapoden, die eigentlich zum Küstenschutz genommen werden, plötzlich ganz niedliche Augen hatten. Und seitdem stehen sie auch hier. So sehen die nämlich eigentlich aus. Tetrapoden aus Beton sind ein sehr wirksames Mittel, um Wellen zu brechen. Da das Wasser zwischen ihnen durchfließt. Dadurch nimmt die Kraft des ankommenden Wassers ab. Und die Wellen verlieren an Kraft und Wucht. Tetrapoden sichern die Küstenlinie bei hohen Wellen, die durch Naturgewalten wie Tsunamis, Erdbeben, Orkanen und Windböden verursacht werden. Mit diesem Buch im Gepäck geht es jetzt weiter. Erstmal hier ein bisschen Ordnung schaffen. So Mäusezähne. War schön bei euch, wie immer. Weiter geht's. Zehnchen. 10,2 Kilometer. Yes. Um 3,25 Kilometer. 15,45 Kilometer für alle Nicht-Bayern und Nicht-Baden-Württemberger. Ich hätte große Lust, hier jetzt links abzubiegen und Richtung Rand und Becken direkt zu gehen. Aber nein, erst mal Hörnum. Das ist jetzt der Plan. Daher wird es noch sehr lange sehr geradeaus gehen. Das ist der erste Tetrapode dort, den ich ohne Augen sehe. So, hier haben wir ihn. Und das freut mich jetzt richtig. Also, schön weiter Beinchen ausschütteln. Und hier bekommen wir eine ungefährle Ahnung davon, wie weit Hörnum weg ist von hier. Und hier, es werden zwölf Kilometer. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Da drüben ist das Meer. Das Meer. Die wunderschöne, mondlandschaftsartige Dünenwelt zwischen Randum und Hörnum. Kilometer 15, um dreiviertel fünf. Hier auf der Wandautobahn, immer noch zwischen Randum und Hörnum. Kilometer 17, die Zanzibar. Sponsored by Porsche. Zweitliebste Automarke, Freunde. Warum nicht mehr Mercedes? Das ist unanständig. Also, hier haben wir einen schönen Bus noch. Vielleicht noch kurz ein Beidl davor. So, jetzt aber wieder. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Kilometer 20, acht. Und Randhundigend. Ach so, Aschmarren. Bin schon wieder wanderdeppert. Also, Hörnum, haben wir es jetzt. Es ist heute so hell, obwohl es gerade schattig ist. Sehr schön, so geht das. Und weiter. Hier ist der Syltbus. Halbmarathon um 3,4,6, 17,45. So, mit einem Schnitt von 6,4. Hier ist schon mal der Hörnumer Leuchtturm. Wahrscheinlich aus Holz. Aber wie. Und da vorne, zwischen den Häusern, sehe ich ihn schon in echt. Es wird, Freunde. Es wird. Bei fast Kilometer 24, bei Kilometer 23,6 gönne ich mir jetzt mal so einen schicken Strandkorb hier. Gutes bayerisches Wasser. Jetzt, da, da sehe ich ihn. Den Leuchtturm. Und ja, das geht's. Da soll man durchkommen. Melanie hat mich gesehen. Auf Facebook war das, oder? Wo ich was gepostet habe, diesen 101er, ne? Ja, genau. Du hast mich gerade gefragt, warum ich das mache, ne? Ja. So ganz genau weiß ich das manchmal selber nicht. Aber tatsächlich, um mich herauszufordern. Ich liebe das. Wenn ich mich herausfordere, dann geht's mir gut. Wir haben ja alle etwas, was wir gern haben, ne? Ja, mir stimmt. Was wär's bei dir? Was hast du gern? Das Meer. Ah, das Meer. Ja. Dann nehme ich die Strecke. Die ist auch ein bisschen weiter, kriegst du mal einen Kilometer. Super. Seht ihr mal, was manchmal passiert? Kilometer 24,5. Wieder an diesem Schild, wo ich im Winter, kurz vor Mitternacht, beim Marathon ankam. Der eine oder andere rührt sich vielleicht. Am Strand von Hörnum. Beautiful. Mit Trampolins. Ah, ich müsste über die Dünen. Also dann auf ein drittes bald. So, und bei exakt Kilometer 25 nähern wir uns dem Hafen. Einmal Hafen, bitteschön. Einmal Hafen Hörnum. Ein riesen Prumm. Adlerschiffe, Adlercat. Und da hinten noch ein paar andere. Ah, ich verstehe. Jetzt bin ich wieder hier. Da war mein Strandkorb von vorher. Adlorna Porsi. Eine Rennsemmel. Och, wie schön. Ja, jetzt bin ich aber doch neugierig. Ich bin so ein neugieriger Mensch. Eigentlich müsste ich jetzt hier weiterlaufen. Ach komm. Ich gehe jetzt hier rein. Wir haben irgendwie was Schwedisches, finde ich. Ich bin gerade ein bisschen im Blindflug. Jetzt schauen wir mal, ob es da vorne weitergeht. Oder nicht. Jawoll. Läuft. Ah. Jetzt formt sich wieder eine Landkarte im Hirn. Eine weitere. Ja, ja. Dann sind wir wieder an der Hauptstraße. Für heute geht es wieder raus aus Hörnum. Fünf Städteheim. Na, schau. So, und um kurz vor dreiviertel acht, 19.45 Uhr ist Hörnum. Schon wieder Geschichte für den heutigen Tag. So, so schön. Und das Wetter ist immer noch ein Traum. Also, Kilometer 30 um 20 Uhr. Boah, ich habe mich gerade so aufgeregt. Ich habe mich so aufgeregt. Dieser wunderschöne Himmel entschädigt für vieles. Also, Sylt. Hast du es wieder mal geschafft, ja? Für den Moment hast du mich bezwungen. Für heute. But I'll be back. Das ist wirklich der Fall bei den Ultra-Wanderungen. Dass man mit allen Emotionen umgehen muss. Muss man klarkommen. Hilft ja nicht. So, da vorne ist eine Bushaltestelle. Jetzt schauen wir mal, wann da was fährt. Da kommt der Bus. Ich habe gerade gedrückt hier. Und da kommt der Bus. Und er muss jetzt anhalten. Yes! Und jetzt schaffe ich den Bus. Oh Gott, das ist so schön. Ich sage es euch. Ich hätte es ja nicht gedacht, dass ich den noch schaffe. Nur, weil ich die geschissere Ampel gedrückt habe. Bei 8% noch. Ich könnte sonst keine Fahrkarte mehr zeigen, weil die Fahrkarte ist auf dem Handy. Oh boy. Der heutige Tag war exceptional. Zuerst hatte ich ein super schönes Interview mit Sylt1TV und Axel Link, so wie seiner Tochter Jette. Grüße! Mein allererstes Fernsehinterview. Ja, und danach bin ich 30 Kilometer lang durch Sylt geballert. Um dann zu sehen, dass sich all meine Geräte verabschiedet haben in ihrer Akkuleistung und ich dann bei Kilometer 30, 37 nachgeben musste. Also dieser heutige Tag hatte alles. Und jetzt gehen wir mal hinein. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächstes Mal. Ade. Sylt. I'll be back. Na? Bye bye Sylt.